ja halli und hallöchen meine lieben freunde und damit darf ich es einfach gefunden let's play minecraft begrüßen wir haben heute einen gast dabei ja ich spiel minecraft single player das ist ja nur die 195 folge die wir gerade aufnehmen der zigzags ist heute dabei der kleine sohn sag mal hallo sohn hallo sohn ich habe gefragt hast du eigentlich was vor die nächsten stunden so nö ich so ok halli und hallöchen meine lieben freundlich ah ah skelette ah ah zombie gott bin ich krebs ah warum hat er eine eiselschaufel und wo ich überhaupt mein schwert ich werde es nicht wirklich zu anfang der folge verrecken natürlich nicht da wird kurz rausgucken und dann so was wir gehen schlafen und dann bauen wir warum wir entweder badezimmer einrichten ja ich bin ich nicht wunderschön ich bin der hübsitz die menschen viel was hast du heute so gemacht du hurensohn interessant okay dann würde ich sagen tun wir zuerst mal das klo ausbauen oder das badezimmer brauchen zuerst mal eine dusche wir brauchen eigentlich noch viel mehr quarts was müsste eigentlich ein quarts reichen 13 stück 30.000 wahrscheinlich brauchen auf jeden fall noch glasplatten denn dusche kommt ja immer so in die ecke so so die kann ich aber nicht quer bauen 34 und es noch glas außen rum das reicht dann schon hoffentlich habe ich noch glas da hoch ne wo ist denn das glas dringen ja ich hab die küsten immer noch nicht beschriftet seitdem ich hier umgebaut habe und nein das wird dieses projekt auch nicht mehr passieren wir haben jetzt echt wir haben jetzt wirklich nicht kein glas mehr haben wir jetzt glas ich glaube das war im backpack und dann ja was das da lederhose lederhosen ne tolls dürfen wir jetzt dürfen wir auch noch sandfarben gehen alles deine schuld der gast ist übrigens sehr gesprächig aua hi bei der woher die animal in dem text pack sind neger ich meine schwarze menschen nein das ist schwarze nete menschen die nicht auf ein baumwollfeld gehören wir sehen er ist ein sehr toleranter mensch der jeden auf der welt liebt ich habe den timer nicht gestaltet obwohl ich auf start gedrückt habe gut so noch circa 17 minuten eine folge 20 minuten wir müssen fünf aufnehmen viel spaß ja dann bin ich mit dem projekt so gut wie du dann gibt es noch eine letzte special folge und dann war es gibt was neues und du weißt auch schon was genau das ja wenn du es laut ausspricht dann schneide ich es raus ich will mir zwar die arbeit nicht machen aber wenn du meinst mich nerven zu müssen dann mache ich es halt ich nervte ich doch nicht hier niemals der wichtigste stimme des liebens nach zwei wöcheln was schmeiße ich ihn jetzt weg hier viel rohes huchenfleisch eigentlich reicht der sein schon das sind schon fast zwei steaks noch voll machen wir zwei steaks noch voll zwei steaks noch voll Lalalala, take the fall, take the fall, lalala. Wie die Kohle rum. My mom says I'm special. Ja, das ist korrekt. Guck, guck Mama, ich bin toll. Sixix hat's auch gesagt, jetzt weiß ich gar nicht wedelt. Der ist weg und der und der und der und der. Ohh, der rua, der. Was, du spielst League of Legends? Ja... Mal... Du bist nur damit mit zu reden, was fällt dir ein in Ballon zu spielen? Spielt lol... ich habe schon eine einzige folge draußen wo ich mit dir gespielt habe ich glaube nicht oder doch oder ja wenn dann die 33 aber oder 22 ich habe keine ahnung ich habe bis november vor produziert habe ich doch den überblick habe ich lade die hat hochplan die und die kommen dann halt mittwochs und samstag zum 8 uhr ja circa jetzt ist ganz ein weniger aber wenn dann radomon jeden freitag kommt spielen wir ein spielfilmspieler später gute nacht dann es ist schon wieder viel uhr ich muss sie euch muss etwas anderes aufnehmen gute nacht wird mich wird mich freuen weil er ist noch schlechter als radomon wir fragen uns heute wie es möglich ist noch schlechter zu sein als er aber dann dann lernten wir lukas kennen die zeit war schön mit der aber du bist scheiße ja wir haben wir haben wir haben lukas aus unserem leben verbannt wenn er wenn ihr in dem nächsten löser wundert euch nicht wie gesagt ich habe für 2000 jahre vor produziert deshalb werden die kleine menschgeburt nach ertragen müssen die bauten die ganzen fahrzeiten egal ist die mehr ist genug wie baut man noch mal eine fallklappe ach so oder falltür sagt nicht das heißt falltür nicht du so hier kommt die dusche renn wer ist normal wie bei euch jetzt am besten einen klo wie baue ich am besten einen klo okay ich weiß wie ich brauche kurz links außen rum dann da klone eine folge drüber da unten ist ein baue ich sie ist der weg ein plümsklo für deine mutter dass sie auch endlich mal abkoten kann die arme frau wie jetzt hat der timer schon wieder nicht boah ich guck bei obs jetzt reicht es mir ein klo verkündet das hätte ich jetzt theoretisch auch mich muten können weil als ich krips habe aber ich wollte was hast du heute noch so vor mir wird sich wie es mir in der schule noch voll scheiße gegen weil ich krank bin jetzt geht es mir irgendwie viel besser wahrscheinlich weil ich nicht immer in der schule bin schule ist doof macht nicht so viel schule leute macht die realschule und dann geht arbeiten seid nicht so blöd wie ich hier macht noch das gymnasium nach seid nicht so blöd realschule reicht also ihr wollt studieren aber geht nicht studieren studieren ist unnütz ihr hängt nur fünf jahre ihr hängt nur fünf es sieht ein bisschen komisch aus ich glaube ich hatte noch mal eine stufe was drauf aufbauen ich schieb auch kein klopf dann hass und tod das gefühl ich bitte boah es ist alles süß ich hasse mein leben bete Gott tötet mich bete Gott wenn ich ehrlich bin ich hoffe dass ich weiß echt nicht ob ich die fünf folgen noch gefüllt kriegt mit dem haus hier ausbauen weil wir oben noch was dann machen wir noch einen rund und das nein das war ich schon oft 25 folgen ich brauche aber nur noch fünf ja gut das ist ein sehr guter plan das mache ich jetzt das süß war eigentlich immer richtig geil von mitchell titte und siebstel siebstel ja ach dauert ja nicht lang nur zwölf stunden alles es ist nicht viel aber ich glaube ich fülle da noch wasser rein also in die dusche boah das ist wasser boah das habe ich jetzt die kommunizierte redstone schaltungen mach ja ich habe aber keine lust es geht darum nicht dass es kommuniziert und dass ich keine lust habe aber rumholen dass du nicht weiß was du machen sollst ja du kennst mich doch ich habe doch übrigens was euch bestimmt aufgefallen ist die women 3 soundtracks sind endlich in der playlist ja nein 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 hilfe 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 ich habeITT die safari angeschんだ aber noch nicht ganz hilfe zwischen ok ich follte alles einfach wasser rein da 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 da! ich könnte auch von draußen zu passen und dann wasser ok helfen ich mir schon auf 14 Minuten. Ach ne, da ist ein TrueM Creeper. Geh weg, TrueM Creeper. Ich hab bei der Weiters GLP-Texture-Pack drin. Das, wo er in seinem Singleplayer hatte, wo er noch gut war. Und nicht nur. Hat es gemacht, was alle anderen machen. Auch wenn es Geld bringt, aber es ist trotzdem scheiße. Das willst du? Ja. Wie viel Lukas zu feiern das? Das stimmt wohl. Es ist traurig, dass es so eine Spezies wie Lukas überhaupt gibt. Das ist eigentlich ein Schwachpunkt der Menschheit. Sollte man ausrotten. Nein, das sind Musel. Muselmänner! Übrigens, wir sind keine Rassisten oder Nazis. Also ich nicht. Wie es bei Six-Sex ist, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Muselmänner sind keine Rassisten, deswegen kann ich nicht rassistisch sein. Ich bin Anti-Islam. Oh Gott. Wie klug es ist. Ich bin Anti-Religion. Ich bin Anti-Religion. Ich bin Anti-Religion. Extremst dumm. Nur die Islamisten machen es doch mal eine Nummer höher. Hä? Wir haben den Lukas Warwick im Team. Drei Heal-Putz Level 1 und eine Machete. Wir brauchen auch Mana-Putz. Aber wir brauchen auch Heal-Putz. Mana-Putz auf Warwick. Eigentlich müsste man sich auch Mana-Putz auf Tründermär kaufen. Natürlich. Lukas hat zu dran. Ich glaube, das hat er wirklich mal gemacht. Ach Gott, wie Lukas immer Tründermär spielt. Aha. Du meinst, wie er versucht, Tründermär zu spielen? Du meinst, wie er überhaupt versucht, League of Legends zu spielen? Man kann es bei ihm nicht als Erfolg bezeichnen. Es ist nur ein Versuch. Komm ich da hinten hin? Gut. Vielleicht lernt er es ja irgendwann in Season 50 oder so. Ja, ich war gestern, wo man war. Und haben ein paar Sachen gekauft und den Teppich und die haben mir den Teppich nicht verrechnet. Was? Wie teuer war der Teppich? Das ist eh nur 50 Euro oder trotzdem. Nur 50 Euro? Ich habe 720 Euro ausgegeben. Aber den Teppich hast du nicht gezahlt. Ja. Du Schnurr. Du hättest ihn eigentlich noch zahlen müssen. Das macht man nicht. Ich habe es vorgehalten, weil die zu dumme sind. Einzugsgenreiß nicht mein Problem. Spaß, es war ein Scherz. Hätte ich auch nicht gemacht. Auf irgendeiner Tankstelle, auf irgendeiner Raststätte habe ich mir auch mal was gekauft, habe den 20 Euro gegeben und der hat mir dann halt die kompletten 20 Euro wieder zurückgegeben, anstatt mir das rausgegeben. So, jetzt haben wir Klo und Dusche und unendliche Wasserqualle. Die brauchen wir jetzt am dringend. Was braucht man noch in einem Klo? Waschbecken, wa? Ein Wasch, ein Waschbecken! Oh nein, jetzt habe ich das Bad geflutet. Nein, das Bad geflutet. Nein, das Bad geflutet. Das Bad geflutet. Du hast doch eine Fliesenabdichtung. Du hast doch eine Fliesenabdichtung. Deine Mutter ist eine Fliesenabdichtung. Ja, die ist menschlich, hoffe ich. Frag sie mal. Geh einfach mal hin. Mama, bist du menschlich? Habe ich dein Leben immer noch gesehen, du Affe. Ja, dann besuch deine Mami. Die wohnt eine Stunde weg, ne? Sie hat mich auf die Welt gebraucht. Sie hat mich auf die Welt gebraucht. Die wohnt eine Stunde weg, nein! Sie kann ja mal herkommen, war doch lieber ich. Seht ihr, meine Damen und Herren, das ist dein toller Sohn, der seine Mutter liebt und scherzt. Oh, die kann doch zu mir kommen. Ich war eh schon. Ich war kein einziges Wort da, aber ich war schon locker 20 Mal dort. Und wir kommen gerade nur Ramm-Musik. Ach ja, weil ich glaube, ich zu verzütig habe ausgeschotten. Dann habe ich Penis-Gesicht. Du schaust aus, ja? Wie ein Penis. So, jetzt brauchen wir noch... Boah, da bräuchte man eigentlich auch sowas wie einen Zaun, aber... Oh, Metallgitter, ich hab's. Haben wir noch genügend Eisen? Ich glaube, wir haben... Ah ja. Can you please speak in Mari in my language, please? Thank you. Thank you very much. Thank you very much. My English is not the yellow from the egg. So, wie hat man nochmal Gitter gebaut? So, oder? Ah ja. 16 Gitter... Bisch, du Teppert. Hä? Mit Stücken, oder wie das heißt? Nee, nee, mit Eisen. Ach so, das war... Ach so, das war eine Leid an dem Stuhl. Alter, schämlich, dass du das nicht weißt. Oh, die Folge ist gleich vorbei. Wie doch... Wobei ich jetzt aus dem Minecraft spiele. Ja, aber ich hab mich gestern wieder geboten, nach zwei Jahren. Ihr seht, der ist ein sehr großer Minecraft-Fun. Ja, man hat sich ja nur selber gespielt, aber der war richtig schlecht. Da gab's nicht nur wunderschöne Grundstücke von 12 x 12 Meter, aber ich dachte, so was soll ich jetzt bauen? Vogelhäuschen. Ja, zum Beispiel. Ein Vogelhäuschen ist serien, aber die... Da gab's Grundstücke von 12 x 12 Meter, aber was soll ich jetzt bauen? Vogelhäuschen. Ja, das war das Vogelhäuschen. Das Bad ist viel zu groß. Ich mach hier einfach drei Waschbecken hin. Nee, fünf. Warum ausfahre ich mit Zednikserer? Gott, ist das schlecht. Und jetzt bräuchte man eigentlich noch Wasser drauf. Und das fließt ja dann noch unten. Und die Waschbecken sind viel zu hoch. Egal, das sind schöne Waschbecken. Da putze ich jetzt meine Zähne. Zehn, putz, 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 putz. So, das braucht man eine Badeweine bei euch in der nächsten Folge noch. Aber die ist jetzt mal vorbei. Danke an 616 Hohensohn fürs Mitmachen. Ich muss noch eine Absage machen. Ich hab noch eine Weile. Link zur ersten Folge. Und das bleibt in der Beschreibung. Link zur anderen Social Media, Facebook, Boxer, Twitch, Twitter und Instagram in der Beschreibung. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und was gibt's denn da noch zu sagen? Also, tschüss, silly. Willst du auch noch mal? Okay. Schöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Untertitelung des ZDF, 2020